Ich habe mein Mädchen Shalina kennengelernt und mit ihr gemeinsam im Everglades geschlafen. Wir haben hier Welt gecampt zwischen Schlangen, Alligatoren, Krokodilen und Pantern. Gemeinsam sind wir mit unserem Motorrad durch die Gegend gefahren, haben das Zelt aufgebaut und uns dann an diesem Parkplatz niedergelassen, später noch die Hängematte hier aufgebaut. Sonnencreme ging auch fit an dem Tag und boah, da geht's.